Ich heiße Marc Eggers auf Instagram. Halt deine F******. Meine Allerjudsten, was geht? Willkommen zu einer wunderschönen Folge von Tinder & WeLev. Das haben wir nicht von Insightments gestohlen, das ist komplett eigenentwickelt. Doch. Mein Name ist Rewe, ich bin 28 und das ist mein Instagram-Tag. Perfekt, jetzt kommt die Vorstellung und ganz viel Spaß dabei. Hi, ich bin Philippe, 21 und übertrieben verzweifelt. Hi, ich bin Lenny, 21, ich schaubar aus wie 10. Hi, ich bin Mo, ich drehe mich jetzt einmal im Kreis. Hi, ich bin Max, 26 Jahre alt. Hallo, ich bin Paula, ne, so heißt er heute. Ich bin Marc, ich bin 35, Single und ich glaub, das sagt alles. Hi, ich bin Sophia, 24 und schon viel zu lange auf Tinder unterwegs. Ich bin Marc, 28. Ja, das brauch ich, glaub ich, nicht zu zeigen. Oh, ja dann. Perfekt. Ich hätte noch einen Zweitwagen auf, im Angebot. Klären wir später. Sie steht auf, macht realistische Sachen, Leute. Hi, ich bin Sebastian, es gibt zwei Regeln. Erstens, wo der Hunderter herkommt, gibt's noch mehr davon. Und zweitens, ich möchte dir gerne meine Eltern vorstellen. Lassen die beiden auf dem Bild hier. Weiß ich nicht. Ich kann den Hunderter auch wegnehmen, du kannst auch nur meine Eltern kennenlernen. Ja. Sehr gut. Du hast eine Handierung geschraubst oder warst du schon immer so sexy? Viel liebter. Oh, noch viel liebter, Alter. Digga. Nee. Extra Schraub. Erst noch ein Schraub. Äh, der hat Akku, äh, hier. Krabbe. Nein. Nein. Lass es einfach an. Ich stehe in den Stand, dass ich einen weg... Hi, ich bin Lenny21. Mein Internet ist zwar 4G, aber mein Herz ist for you. Okay, komm. Da. Stark, Alter. Stark. Auf Gefühle. Hi. Ich bin Max. Ich bin voll auf Remy Demi. Was? Was? Ich bin Mo, 25. Mein A**loch ist seit 2 Jahren entzündet. Kannst du mir helfen? Was? Was? Ich nicht. Was? Hey, Jungs, geht nach vorne. Boah, krass. Schinkschankschunk. Nee, nee, nee. Marc. Sie machen Schinkschunk, wer jetzt... Sie muss auswählen. Das ist mir doch egal. Kann ich hier nix mit Schweiß. Nee, komm. Achso, ich wollte dich den zweiten Lagen noch zeigen. Das ist ein VW. Turek. Ich fand ihn tatsächlich süßer vom Spruch. Hi, ich bin Kati25 und ich stehe auf Jüngere. Hallo, ich bin Tobi und ich bin dein Bruder. Mein Name ist Marc, ich bin 25 Jahre alt und mit mir steht die Welt im Kopf. Okay, das war kreativ. Das drüber. Das ist es. Ich bin Sebastian, bin 23 und Liebe macht blind. Willst du mir die Augen öffnen? Nee. Scheiße. Danke. Hi. Mein Name ist Lenny, ich bin 21. Frage an dich. Was heißt Datum auf Englisch? Date? Ja, gern. Ohhhh. 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 Was ist denn du, Mann? Hat er sich verdient? Ich war schon immer mal ein Jüngerer. Oh, hey. Du hast Augen guckt? Ja, die braucht einen Spielgefährten. Kannst du dir da mitnehmen. Ja? Match? Ja. Geil. Hi. Hi. Ich bin Max, 26 Jahre alt. Kommt noch was? Nee. Achso, ja dann. Hallo. Hallo. Ich bin Mo, 34. Darf ich dir Honig auf dem Bauch schmieren? Nee, mag ich nicht. So geht das Sprichwort nicht. Hättest du Salami gesagt, hätte ich Ja gesagt. Salami? Spinnst du? Okay, Cassi. Wer von diesen 3 stadtlichen jungen Männern darf heute Abend als Spielgefährte für den Hund sein? Also wenn es um den Spielgefährten geht, muss ich ja jemand anderes nehmen. Aber ich wollte schon immer mal einen Jünger denn deswegen. Perfekt. Lenny. Achso. Fantastisch. Applaus jetzt. Hallo, ich bin Silja. Ja, ich bin hier gekommen, um eigentlich meinen Traumtypen zu finden. Hallo, ich bin Marc, 25 und ich würde ganz gern ein Foto von dir machen, damit ich dem Weihnachtsmann sagen kann, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Nee, sorry. Also das Foto kannst du doch wieder löschen, ja? Oh, das ist so gut. Okay, Entschuldigung. Ich bin Sebastian, 22 und ich hoffe, du hast auch eine Schraube locker. Darf ich die wenigstens haben? Ja klar, nimm dir die gerne. Ja, komm. Ich bin Mo, 24. Du bist so heiß, darf ich dich löschen? Ja. Feuerwehr-Boss, Digga, der Feuerwehr-Boss. Ja. Ich bin Lenny, 21. Du, heißt du eigentlich Michael oder warum muss ich die ganze Zeit auf dich checksen? Gott. Ha, 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 ha. Boah, Philippe stark, stark. Ja. Was?! Ja! Marc, ha, 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 ha. Hey, bleh, das ist meine Prop! Hi, ich bin Max, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Künstler in Köln und stell mich einfach mal normal vor. Hi. Künstler? Ja. Ja, warum nicht? Oh! Hey, Bro, das macht viel besser. Es kann auch jetzt nur einen geben, tatsächlich. Nur einen? Ja. Nicht ein Dreier? Es können noch zwei Leute gehen, da kannst du zwei mitnehmen. Das passt auch. Ja, Komoot und Pewi. Hast du so lange drauf gewartet? Hi, ich bin Jan, 26, und meine Mama hat neulich ihren Traummann auf Tinder für Erwachsene gedruckt. Ich hoffe auf was Gutes. Tinder hat mich bis jetzt nur enttäuscht. Ich heiße Marc, bin 18 Jahre alt, und meine Liebe zu dir ist wie Durchfall. Ich kann sie nicht halten. Er ist mir leider zu jung, tut mir leid. Hi. Hi. Kein Sixpack, ich weiß, aber authentisch. Ja, der Schluck am Ende war's. Hi, ich bin Lenny21, wenn wir beide gemeinsam im Kindergarten gewesen, hätte ich meine Jacke neben deine auch gern. Das ist voll süß, ja. 21 ist okay, oder was? 18, 21. Aber der Spruch war auch besser. Du siehst nicht nur verdammt attraktiv, sondern auch spontan aus. Hast du Lust auf ein spontanes Gate-Date? Wir gehen essen, wo willst du hin? Ich hab das leider nicht gehört. Also, sorry. Ich bin Sebastian, 23. Und ich bin weder Kompressor. Ich hab Druck am Schlauch. Ich lass den Mann das ab. Hi. Hi. Ich bin Mo, 26. Ich bin gut drauf. Bist du gut runter? Unter den Klamotten oder unter dir? Beides. Ja, mal gucken. Oh! Jenny, wer von diesen drei stattlichen jungen Herren darf es für dich sein? Ich hab keine Schokolade. 2 oder 3. Ja, wir geben Mo mal eine Chance. Ey, wie soll ich mich vorstellen? Hallo, ich bin Marc Eggers, 35 Jahre alt. Nenn mir deinen Namen und ich sag dir, wie du heißt. War das ein gutes Zeichen? Ja, du bist nach rechts. Wir sind schon? Ja. Geil. Kann ich schon nach rechts kommen? Ja, komm runter. Jungs, ich hab's schon geschafft. Ihr könnt eigentlich drinnen bleiben. Hi. Ich bin Sebastian. Und wenn wir beide loslegen, gib das an deine Nachbarn. Schmutz! Hi! Hi. Ich bin Philippe, 30 Jahre alt. Und wenn du jemanden für eine schöne Nacht suchst, ich nachricht's jetzt. Ist das gut? Ist das gut? Schlecht. Du bist mein alter Mitbewohner. Rechts? Links? Hi, ich bin Mo, 26. Und Gott hängt zwischen meinen Beinen. Links. Hi, ich bin Lenny. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Mir reichen drei Minuten. Schmutz! Hi, ich bin Max. Du liebst mich doch, komm. Ja, okay, komm. Du musst jetzt die Frage stellen. Erstmal, warum hast du Nein gesagt? Bei mir und zweitens, wer von den beiden ist es für dich? Du. Ja, ich bin's nicht. Einer von den beiden. Ja. Oh, wen nehm ich? Marc Eggers hat einen großen. Oh, Max ist cool. Bro. Ich geh mit Marc Eggers. Ihr könnt jetzt kurz oben Backstage. War ein Witz, bitte. War ein Witz, ihr macht das bitte nicht. Ach so, ach so. Okay. Hi, ich bin Hami, ich bin 26 und ich wurde bezogen, hier mitzumachen. Hallo, ich bin Marc. Ich bin 22 Jahre alt. Und ich hab nicht nur flexible Ohren. Tut mir leid. Aber das mit den Ohren war nicht schlecht. Hi, ich bin Lenny21. Ich heiße mal nicht Manuel, aber darf ich da Neuer sein? Sorry. Oh, dieser Spruch wird hauen. Du bist zuckersüß. Ich glaub, ich krieg Diabetes. Ja, komm Philipp. Oh! Hi, ich bin Sebastian und ich glaub, du bist der Hami. Ja, komm Philipp. Hi, ich bin Max. Like mich. Hi, ich bin Mo, 26 und ich steh auf Katzen. Denn ich bringe jede *** zum Schnurren. Sorry, Mo. Hami, wer das werden heute Abend? Wir beide, Bro. Hami, bitte entscheide dich. Ich nehm mich nie für Glaube. Ey, voll süß, Mann. Hier nimm deinen Hammer zurück. Meine allerjudsten Besten. Das war's für dieses wunderschönen Video von Tinder. Sandra, hast du deine Traumperson hier gefunden? Ja, Marc Eggers. Marc Eggers? Bist du damit auch verpflichtet? Ich bin damit zufrieden. Ich möchte noch erwähnen, ich bin wirklich Single, ne? Kann man einen Aufruf machen, bitte? Ich auch. Same. Perfekt, danke. Alles klar. Meldet euch bei allen Leuten. Ihr habt ja die Instagram-Handles in den Kommentaren. Das war's für dieses Video. Wenn ihr nochmal was davon sehen wollt, lasst gerne da oben da. Mo ist immer noch Single. Perfekt. Macht's gut heute rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.